ja hallo herzlich willkommen zum neuen video in dem zeige ich euch wie ich mir meinen oszillierenden spindelschleife gebaut habe am anfang des videos nur ein paar videos sehen und danach bauen wir das ding noch mal auseinander zumindest den oberen teil und dann zeige ich euch das innenleben und was ich für fehler gemacht habe was ich dann aber auch ausgebessert habe und wo noch ein paar knackpunkte liegen so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.